Auf der www.erfolgsonline.de zeige ich Ihnen die Eigenschaften des Niemals-Aufgeben. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie entspannt. Innere Stärke aus dem Kopfhörer Bauen Sie Ihre innere Stärke aus, und das komfortabel und diskret zugleich. Erfahren Sie, wie Sie durch zielgerichtete innere Stärke jedes noch so harrige Problem souverän aus der Welt schaffen können. Dieses Hörbuch präsentiert Ihnen einfache Beispiele, die Ihnen zeigen, wie Sie Ihre innere Stärke optimieren. Wenn Sie dieses Wissen erst einmal aufgesogen haben, werden Sie Ihre Umwelt beeinflussen können, und zwar ganz nach Ihrem eigenen Willen. Dieses Hörbuch offenbart Ihnen eine ganze Fülle erstaunlicher Tricks und Methoden rund um Gedankenkontrolle und mehr. Und jeder Einzelne davon trägt dazu bei, Ihre innere Stärke auf ein völlig neues, weitaus höheres Niveau zu heben als jetzt. Ihr Geist wird geradezu Olympierei für Höchstleistungen vollbringen. Sie werden denken können wie ein Weltmeister. Erleben Sie, wie Sie durch innere Stärke all Ihre Wünsche erfüllen. Allein durch aufmerksames Beobachten werden Sie zum Herrscher und zur Herrscherin über jede noch so vertragte Lebenssituation. Wenn Sie Ihre Probleme besser lösen wollen, müssen Sie nicht nur besser denken können als jetzt, sondern auch schneller. Dieses Hörbuch wird Ihnen dabei helfen, dass sich Ihre geistigen Fähigkeiten in einem deutlich beschleunigten Tempo entfalten. Durch innere Stärke werden Sie mehr Ziele erreichen denn je. Das, was Ihnen dieses fantastische Hörbuch beibringen wird, wird für Sie fast schon wie Magie wirken. Denn innere Stärke wird auch Ihr sogenannter sechster Sinn fördern. Und diesen sechsten Sinn werden Sie mithilfe dieses Hörbuchs Mental Force systematisch und nachhaltig kontrollieren können. Werden Sie zum souveränen Herr und Meister über jede Lebenssituation. Erfassen Sie neue Situationen schneller und erfolgreicher als Ihre Mitmenschen. Verschaffen Sie sich einen uneinholbaren Vorsprung durch innere Stärke. Und verblüffen Sie Ihre Umwelt mit einer mentalen Leistungsfähigkeit, an die Sie selbst niemals geglaubt hätten. Lassen Sie Ihre geistige Fähigkeiten nicht länger brachliegen. Werden Sie lieber schlau wie ein Fuchs. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsuntern.de Bei YouTube unterhalb dieses Videos finden Sie den direkten Link dorthin. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Einer